Hallo ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herr der Spiele und vielleicht erinnert ihr euch an das erste Video aus dieser Reihe, da oben zeige ich es euch nochmal, als ich meinen großen Plätsch von Elffall Chronicles auspacken wollte, aber so richtig weit bin ich nicht gekommen, ich hatte alles auf dem Tisch liegen und dann hat mich die Bastelwut überkommen und das hier ist das Ergebnis. Ich habe nämlich die Sand Kingdoms zusammengebaut, hier seht ihr sie und ich gucke, dass ich euch das Ganze mal ein bisschen näher ranhole, dass ihr wirklich den Detailreichtum und die super tollen Skalps der Figuren seht, die wirklich ganz ganz toll aussehen. Außerdem habe ich nachher, ich hatte ja so ein bisschen Angst vorher, hier die Sphinx zusammengebaut, das war also nicht im Video, auch daran erinnert ihr euch vielleicht, ansonsten holt es gerne mal nach. Super tolle Figuren, alle hochwertig vom Material, ganz ganz tolle Posen und bevor ich jetzt weitermache und die Alien League zusammenbaue, das hatte ich ja im letzten Video angekündigt, zwei ganz wichtige Informationen. Zum einen werde ich euch unten in der Videobeschreibung die Elffall Chronicles Source verlinken, da seht ihr alle Informationen, die ihr für das Spiel braucht, da könnt ihr euch aber auch, die ihr das Spiel vielleicht nicht habt, schon mal einen Überblick über die Fraktionen und die ganzen Miniaturen verschaffen. Hier zum Beispiel gibt es ja drei, die fraktionsexklusiv nur für die Sand Kingdoms sind, einen als Syltner könnt ihr auch bei anderen Fraktionen spielen und noch viel wichtiger, Northern Wind. Northern Wind ist die anstehende Erweiterung zu Elffall Chronicles, die wird es dann auch in einem Crowdfunding geben, das ich euch natürlich hier auch auf meinem Kanal vorstellen werde. Jetzt wollen wir aber keine weitere Zeit verlieren, wir schauen uns die Alien League an. Los geht's! Wie ihr hier seht, ich habe wirklich nicht weitergemacht mit dem Zusammenbau, ich habe also alles genauso gelassen, wie es letztmalig war, die Earthen Creatures sind sogar noch in Folie, das muss sich natürlich alles ganz, ganz schnell ändern. Es gibt auch unzählige von diesen Erweiterungspacks, seht ihr auf der linken Seite. Wir hatten gesagt, wir bauen jetzt mal die Alien League zusammen und damit lege ich sofort los, schiebe das Ganze hier ein bisschen nach oben an der Stelle, damit wir ordentlich Platz haben, denn es wird ja wieder in ein Klebevideo ausarten. Und wie ihr an den ganzen Kisten seht, wird es mehrere Videos noch geben. Und bitte, wenn ihr klebt, dann besorgt euch eine Unterlage, ob das jetzt hier so ein Stück Pappe ist, wie bei mir, oder ob das am Ende ein Zeitungspapier ist, klebt bitte nicht auf eurem Tisch, denn mit so einem Superkleber, mit so einem Sekundenkleber, Spezialkleber, wie auch immer, werdet ihr euren Möbeln sonst unreparierbare, irreparable Schäden zufügen. Also, die Alien League spielt sich ganz anders, hat einen ganz anderen thematischen Hintergrund als die Sand Kingdoms, die wir uns das letzte Mal angeguckt hatten. Während die Sand Kingdoms ja so richtige Glaskanonen waren, aber sehr stark durch die Fähigkeit der Conjuration, also der Beschwörung, ich bin ganz aufgeregt hier, verhält sich das bei der Alien League ganz, ganz anders. Die Alien League, die kann alles, aber nichts so richtig gut. Gut, das hört sich jetzt mal total abwertend an, soll es aber nicht sein. Wir haben auch hier vier Miniaturen in der Packung. Was ich eben damit sagen wollte, ist, die können von allem etwas, wir haben zum Beispiel hier mit dem Flameshaper, haben wir natürlich einen Caster, oder mit dem Hierophanten hier haben wir einen Heiler, aber die können eben nicht conjurieren. Die können also nicht conjurieren. Aber die können eben nichts beschwören. Also diese Kreaturen, wie ihr hier zum Beispiel die Sphinx seht, die können sie nicht aufs Schlachtfeld bringen, das kann eben nur die Sand League. Die besondere Fähigkeit der Alien League ist, dass wenn sie sich zusammen bewegen, dann bekommen sie Buffs, also sogenannte Stärkungen. So, das ist also ganz wichtig beim Spiel mit der Alien League, dass ihr mit den großen, starken Tanks, wie ich sie jetzt mal nenne, ist auf jeden Fall dieser Expatriot oder der Guard, und dass ihr hier den Flameshaper, also den Sorcerer, schützt und mit dem Hierophanten heilt. Im Prinzip ist es eine ganz einfache Art und Weise, den zu spielen, also diese Fraktion zu spielen. Und da fällt auf jeden Fall schon mal auf, ganz, ganz anders als unsere erste Fraktion, als die Sand Kingdoms. So, und wir hatten ja das letzte Mal die sehr positive Erfahrung gemacht, dass das ganz toll geht, weil es nicht ganz besonders viele Teile sind. Also werde ich hier ganz gemütlich das Ganze zusammenbasteln. Wir unterhalten uns dabei einfach ein bisschen und orakeln einfach über die Stärken und Schwächen der Fraktion. So, ich versuche das Ganze auch so zu machen, dass ihr davon was habt. So, das wird mit Sicherheit so funktionieren. Genau. Kleiner Tipp, wenn ihr Modelle zusammenbaut, dann versucht das immer erst mal ohne Klebe. Wenn ihr nämlich einmal Klebe aufgetragen habt, dann ist es nicht zwangsläufig zu spät, aber die Klebe, die tut ja was mit eurem Modell. Die fließt dann zum Beispiel hier rein und wenn das alles verklebt ist, dann passen die nicht mehr so gut rein. Ja, also dann kann es sein, dass die nicht mehr so ordentlich reinsnappen, wie ich es jetzt mal nenne. Das ist mit Sicherheit das falsche Wort. Aber ihr verklebt euch natürlich auch euer Modell, müsstet dann den Kleber beseitigen. Teilweise sieht man das Ganze dann auch, wenn man später am Ende die Figuren grundiert hat. So, also. So, und ich merke übrigens gerade, dass ich sogar schon ein bisschen was von der Klebe am Finger habe. Den Superkleber, den ich hier habe, und das ist mit den meisten Klebern so, den müsst ihr ungefähr 10 bis 20 Sekunden andrücken. Dann hält der schon wunderbar. Habt ihr auch bei den anderen gesehen. Und wieder lässt sich hier erahnen, eine sehr flexible Pose, beziehungsweise eine dynamische Pose. Das ist auf jeden Fall besser. Die Miniatur hier ist ebenfalls leicht zusammenzubauen. Ich tippe einfach mal drauf, dass es der Expatriate ist, weil der hier so ein großes Turmschild hält. Versucht übrigens beim Kleben so wenig Klebe wie möglich zu verwenden. Mehr geht immer, aber ihr kriegt das Ganze nicht mehr weg, wenn ihr erst mal geklebt habt. So, also vollkommen selbsterklärend. Hier braucht es überhaupt keine Anleitung. Aber das ist nicht der Expatriate. Das ist er nicht, glaube ich nicht. Nee. Denn wir haben ja hier so eine Schuppenrüstung, wie ihr seht. Und wir haben zwar diesen Schild, ja. Aber der Helm ist ein anderer. Ich tippe tatsächlich auf den Citadel Guard. Jetzt muss ich natürlich sagen, auch wenn ich so ein bisschen am Anfang mir überlegt habe, ich habe die einmal gespielt, das weiß ich noch, die Fraktion. Es sei nicht meine, weil so dieses nichts richtig Gutes, nichts richtig Schwaches, das mag ich eigentlich nicht. Können alles so ein bisschen gut, wie der Schamane damals bei World of Warcraft. Ist eigentlich nicht meins, aber das Modell sieht mega gut aus. Also wir bauen jetzt gerade noch den Arm an, bevor ich dann vollends ins Schwärmen gerate. Mal gucken, wo der Arm hinkommt. Da oben. Also das ist wirklich absolut positiv zu erwähnen, dass die hier alle so einfach zusammenzubauen sind. Und das ist zum Beispiel mit Sicherheit nicht richtig. Also ihr seht einfach anhand der Art und Weise, wie ihr die hier ineinander steckt, ob das Sinn macht oder eben nicht. So. Ist es so zu halten? Das könnte sein. So macht es für mich. Es könnte natürlich sein, dass es so ist, dass der Kolben gerade unten ist. Wir haben hier nämlich so ein Rechteck an der Stelle. Ich denke aber eigentlich, dass es so gedacht ist, dass der Kolben nach oben ist. Deshalb gucke ich gerade. Ja genau, guck mal. So muss der sein. So muss der sein, die Pose. Das heißt, jetzt kommt ein ganz, 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 ganz kleiner Tropfen Kleber hier rein. Ihr wollt wirklich nicht zu viel von dem Kleber haben. Der verhunzt euch sonst später die Figur. Das müsste eigentlich schon reichen. Ja. Und dann kommt hier der Arm rein. Schön reindrücken. Aber der gibt sich hier richtig schön rein. Ich neige immer dazu. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, den Kleber ab und zu mal zuzumachen. Dann gucken wir uns die Figur mal an an der Stelle. Und lieber Herr Gesangsverein, ist das eine schöne Figur. Ist das eine tolle Pose. Also, ganz, ganz tolle Schuppenrüstung. Ein super toller Helm. Also, die Ornamente auf dem Schild. Extrem viel Bewegung. Strahlt also alles Dynamik aus hier bei der Figur. Die Haltung natürlich macht total Sinn. Linkes Bein nach vorne gestreckt. Da drüber das Schild. Also, alles. Die Panzerung nach vorne. Wie schön sieht das denn aus? Das wallende Haar. Also, diese Figur war definitiv vorher beim Friseur. Und dann holt er hier aus mit seinem Streitkolben. Also, das ist eine super schöne Figur. Und das ist definitiv der Citadel Guard. So, schauen wir uns die zweite Figur an. Das Zusammenbauen. Ich habe das wirklich noch nie vorher gemacht, dass ich so ein Zusammenbauen während des Filmens gemacht habe. Aber es macht mir hier einfach nur Spaß. Oh ja. Und guck mal hier an der Stelle. Da haben wir dann tatsächlich so einen minimalen Gussgrad. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das gesehen habe hier. Theoretisch kann man es auch später noch wegmachen. Wirklich vorsichtig. Guck mal, da ist es schon weg. Also, mit leichten Bewegungen des Fingers. Hier kann man dann mit einem scharfen Messer, Teppichmesser, Skalpell, viel besser als ich hier mit meinem großen Messer, das wegmachen. Da oben haben wir noch so eine ganz kleine Geschichte. Also, seid ihr wirklich vorsichtig beim Entfernen. Geht aber super leicht ab. Ich hoffe, da ist jetzt viel scharf geblieben dabei. So. Und also wirklich auch super positiv überrascht bin ich einfach von den Bases. Also, das ist anders als bei anderen Spielen, wo man die dann drauf halten muss. Nee, wir können sie theoretisch schon drauf stellen und dann snappen die hier rein. Das ist wirklich total gut. Also, komm, ein Tröpfchen hier rein. Da ein, da ein, das reicht schon. Und dann haben wir hier also zu 100% den Halion Expatriate. Das ist dieser große, schwer gepanzerte Kamerad. Der hat überhaupt kein Schild, aber der hat so ein riesiges Schwert, so ein Zweihandschwert. Jetzt halte ich an der Stelle tatsächlich ein bisschen länger. Man kriegt so ein Gefühl beim Kleben dafür. Die eine Figur, die stand etwas mehr, weil die einfach eine größere Grundfläche hatte durch den Stein, auf dem die beiden Füße standen. Hier in dem Fall habe ich eben nur die beiden Füße als Klebepunkt. Die rasten schön in die Base ein, aber ihr seht, nach 20 Sekunden ist das Ganze erledigt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Auf beiden Seiten haben wir hier so Einbuchtungen für die Arme. Das heißt, ich muss gleich die ein kleines bisschen dehnen wahrscheinlich. Das mache ich ja gar nicht gerne. Aber es gibt keinen Weg dran vorbei. Ja, aber es ist richtig so. Die werden etwas gedehnt. Und insofern machen wir es. Machen wir es. Tröpfchen hier. Reicht schon. Tröpfchen hier. Und dann gucken wir mal. Ein bisschen konzentrieren. Vielleicht rede ich jetzt ein kleines bisschen weniger. Okay. Sind sie drin? Man kann dann hier an den Oberarmen, beziehungsweise an den Schultern, kann man hier etwas zusammendrücken. Sollte man jetzt vielleicht auch, vielleicht ein paar Sekunden. Reden wir mal schön über die Rückseite dieses Modells. Hat also hier einen sehr schön detaillierten Rucksack mit Schnallen. Oben einem Schlafsack. Dann hat er eine langen Schwertschaft. Kleine Trinkflasche hier an der Seite. Definitiv bei allen Figuren bis jetzt sehr schön die Faltenwürfe der Mäntel. So, jetzt traue ich mich, das loszulassen. Dann können wir uns das angucken. Sehr schön. Zweihandschwert. Ganz tolles Modell. Ebenfalls wieder sehr dynamisch. Trägt sein Zweihandschwert über der Schulter. Vorderseite gefällt mir noch deutlich besser. Ein ganz, ganz toller Helm. Schwer gepanzert. Ich habe es, glaube ich, im Intro gesagt, dass die Alien League ja von den Synergien lebt. Das heißt, die werden schwächer, wenn die ersten Modelle fallen. Umso wichtiger ist es, dass Figuren hier wie der Expatriot oder der Guard die leichteren, die leichter gepanzerten Figuren beschützen. Also den Hierophanten und den Flameshaper. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Aufgabe. Ganz anders als hier meine Sand Kingdoms, bei denen wir hier die Glaskanonen haben, die halt versuchen, ganz schnell möglichst viele Kreaturen zu beschwören. Und das ist jetzt natürlich abenteuerlich. Guck dir das mal an der Stelle an. Das ist definitiv der Flameshaper. Was anders kann es gar nicht sein. Also Flameshaper, Flammen. Und ich gucke jetzt mal, wie die Figur hier zusammengehören soll. Also hier auf jeden Fall, seht ihr, gehört das da unten rein. Es ist also immer wichtig, das erstmal auszuprobieren. Und dort haben wir eine Hand, einen Arm. Ich wünschte mir ein Teppichmesser her. Oder ein Skalpell. Aber ich bin wie üblich nicht gut vorbereitet. Trotzdem kann ich sagen, diese minimalen Reste vom Guss, die fallen ja fast schon raus. Und das kann man später auch noch im geklebten Zustand wegmachen. Ja, es geht total gut. Es geht also auch mit dem unhandlichen Messer sehr, sehr gut. Ja, und dort wird dann hier die Figur gleich reingeklebt. Okay, total irre. Ja, damit zeigen sie an, dass die Figur fliegt. So sehe ich das gerade. Aber machen wir das doch mal. Also, diesmal, da ja die Klebe oder die Grundfläche etwas größer ist, ist auch einen größeren Tropfen. Aber er betreibt es nie. Übertreibt es nie mit der Klebefläche. Und jetzt kommt diese Flamme des Flameshapers hier rein. Und ja, so sieht es aus. Also das habe ich wirklich selten gesehen an der Stelle, dass wir hier nicht die Figur haben, sondern tatsächlich den Spell, den Zauber, den wir hier zuerst anbringen. Und da seht ihr es jetzt nochmal ganz genau. Ihr habt hier oben den Unterarm. Der ist halt gerade im Begriff, diese Flamme zu casten, den Spruch auszuführen. So. Und dann werde ich das kurz hier hinstellen. Und natürlich ist es der rechte Arm, der jetzt hier an die Flamme drankommt. Hier ein Tröpflein rein. Muss man wieder etwas konzentrieren. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eine etwas schwierigere Aufgabe des Klebens wird. Nö. Und das Schöne ist halt, die Figur schwebt richtig da. Aber ich bleibe jetzt gerade genau so sitzen. Halt die gerade mal hier zusammen. Ich hätte unten, sehe ich gerade noch auf jeden Fall, auch das Bein an die Flamme kleben können. Wäre wahrscheinlich eine Idee gewesen. Aber das wird wahrscheinlich auch so halten. Die Figuren, die wiegen wirklich sehr, sehr wenig. Das ist also wahrscheinlich Resin. Und mit Sicherheit ist das Resin. Auch hier gucke ich mir gerade die Figur an. Sehr, sehr detailliert. So eine Halskette vorne. Sieht natürlich auch hübsch aus. Also ansprechend gedesignt. Die Haare, die Beine sehr elegant. Bisschen Angst, die Figur loszulassen. Aber es gelingt. Guck dir das an. Okay. Ich bin mutig und klebe gleich weiter. Ich bin mutig. Denn die Dame hat ja noch einen Arm. Wer aufmerksam zugeguckt hat, der wird jetzt gesehen haben, eigentlich macht man das nicht so. Eigentlich testet man erst. Aber ich habe hier Glück. Der geht wirklich sofort rein. Hier muss man aufpassen. Denn jetzt hat man ja eine ganz, ganz kleine Fläche zum Halten. Ich halte das ja jetzt so ein bisschen an Unterarm und Faust. Drücke das hier an, an den Torso. Wenn ich jetzt mit meinen Fingern an den Kleber komme, ist das total doof. Also ein paar Sekunden warten. Also die Figur befindet sich von der Pose, mit der sie daherkommt, auf jeden Fall auf einem Niveau mit dem Visier von den Sand Kingdoms. Jetzt zeige ich euch die Figur mal. Also wunder, wunderschön. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass ich der Meinung bin, nach meinem ersten Eindruck, die ich jetzt, also die Figuren so selbst in der Hand zu haben. Guck dir das mal an. Also von allen Seiten eine Augenweide. Ich habe Angst, die Figur wirklich jetzt hinzustellen. Aber sie klebt schon gut. Besser als Infinity, auf jeden Fall. Also da lege ich mich fest. Ich habe mir jetzt mal den Visier an der Stelle dazu geholt. Der hat ja schon eine ganz, ganz tolle Pose. Aber hier die Flameshaperin oder der Flameshaper. Auch wunder, wunderschön. So, eine Figur haben wir noch. Dann haben wir die Alien League zusammengebaut. Natürlich werde ich in einem folgenden Video auch die ganzen Figuren aus den Erweiterungen bauen. Da muss ich mal gucken, wie ich das strukturiere. Aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die sich nur das Grundspiel geholt haben, beziehungsweise sich nur für das Grundspiel interessieren. Und deshalb machen wir genau weiter, wie wir das begonnen haben. So, der Hierophant. Oh, das ist auch eine ganz, ja, eine ganz, ganz fisselige Geschichte. Denn die hat ganz, ganz feine Schüchen, sieht man hier. Das sind so High Heels. Man weiß nicht, ob das Pumps oder Stiefel sind. Jedenfalls mit Absatz. Und die ist etwas... Ganz im Gegenteil zu dem Citadel Guard steht die halt jetzt nicht so wirklich fest. Also so wird das gemacht. Und so haut ihr die hier rein. Nicht zu fest drücken, damit da nichts abbricht. Aber ich habe bis jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. Vom Material, also von der Robustheit. Und das heißt, wir sehen hier schon mal wallende Gewänder, Schuppenrüstung. Ein bisschen erinnert mich das so an die Tracht, an die Kluft der Hochelfen. Also von Herr der Ringe. Mittelerde, Tolkien lässt mich wirklich daran erinnern. So. Und meine Erinnerung zufolge war das zwar auch so eine Magieklasse, also ein Magier, aber eher einer aus der heilenden Zunft. So. Und der Stab, der kann eigentlich nur an eine einzige Stelle kommen. Gucken wir uns mal an, wie das funktioniert jetzt. So. Hier. Und zwar hier. Genau. Also. Zwei Tropfen. Einmal hier in den Oberarm. Und einmal, der soll wirklich minimals sein, hier unten hin. Das ist eigentlich schon zu viel, Leute. Und dann geht er hier rein, da oben und da unten. Und dann dürft ihr noch einmal kurz gucken, während ich hier einige Sekunden halte. Oben ein bisschen draufdrücken, unten ein bisschen draufdrücken, Finger weg vom Kleber. Und dann sind wir durch mit den vier Figuren gleich. Okay. Der Hierophant. Das war also Teil zwei meines Zusammenbaus. Denn Unboxing ist es ja nicht geworden zu Elffall Chronicles. Heute haben wir uns die Alien League angeguckt. Und ihr seht, es war wieder richtig einfach, das Ganze zusammenzubauen. Also wer geringfügige Kenntnisse im Miniaturenbau hat, der kriegt das sehr, sehr leicht hin. Die Figuren bestehen aus wenigen Teilen, die absolut eindeutig zusammengebaut werden. Ich habe es während des Zusammenbaus mehrfach gesagt. Probiert bitte immer erst mal aus, wie die Teile zusammengehören, bevor ihr den Kleber auftragt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Figuren sind sehr, sehr stabil. Drückt ruhig ein bisschen an. Nehmt euch 20 bis 30 Sekunden pro Klebung Zeit. Dann hält das Ganze auch. Die Modelle gefallen mir außergewöhnlich gut. Das war auf jeden Fall bei den Sand Kingdoms auch schon so. Gerade hier den Flameshaper. Der hat mir unfassbar gut gefallen. Ist auf jeden Fall von der Kreativität der Pose auf einem Niveau mit dem Flameshaper. Mit dem Visier, Entschuldigung. Ich glaube, ich hätte immer noch mehr Spaß an der Sand Kingdoms Fraktion. Denn hier, ja, dieses Nichts Halbes, Nichts Ganzes. Aber das, ja, das ist nicht so meins. Aber dafür die Tanks und die Buffs, die es sich gibt. Das reizt mich dann doch auf jeden Fall. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare rein, was euch interessiert. Was ist eure Lieblingsfraktion? Zwei habe ich euch ja noch nicht vorgestellt. Das nächste Mal schauen wir uns dann auf jeden Fall das Empire of Soga an. Eine dritte Fraktion, ein drittes Thema. Und auch diese Fraktion spielt sich vollkommen anders als die ersten beiden, die wir uns angeschaut haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, in ein, zwei Wochen wird dann das Video kommen. Ich werde euch alles nochmal unten drunter verlinken, wie eingangs gesagt. Also zu den Resources, wo ihr euch über das Spiel allgemein erkundigen könnt. Auch zu Northern Wind. Ich werde im Anschluss an das Unboxing, wenn ich dann das Spiel selbst lerne, werde ich auf jeden Fall einen Überblick über die Fraktionen machen, wie die sich spielen, ein Review machen. Aber eile mit Weile. Schreibt mir alles, was ihr wissen wollt, in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, damit ihr die folgenden Videos nicht verpasst. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis bald. Marcel, euer Herr der Spiele.